Tief unter der Meeresoberfläche rast etwas an einem Taucher vorbei. Kein Fisch, kein Meeresbewohner. Ein strahlend helles Objekt, der Blick auf dieses Ding verrät. So etwas sollte nicht existieren. Weder an Land, noch im Wasser. Ein großer, goldener Würfel. Intelligent gesteuert. Und damit hallo meine Lieben zu einem sehr außergewöhnlichen Bericht. Ein weltbekannter Taucher berichtete nun erstmals von dem außergewöhnlichsten Erlebnis seiner jahrzehntelangen Erforschung der Ozeane, wie es heißt. Ein wahrlich außerirdisch anmutendes Objekt, das dort unten auch noch Dinge tat, die nun wirklich nicht mehr zu erklären sind. Und das Ganze beschrieben von einem Mann, der aufgrund seiner Laufbahn und dem, was er wirklich zu verlieren hat, völlig glaubwürdig erscheint. Was er dort also genau erlebte, was dieser goldene Würfel alles tat und warum das, was er erzählt, nicht nur glaubhaft ist, sondern auch schon von jemand anderem beschrieben worden ist, das erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Unidentified Submerged Object Die Berichte dieser Unterwasser-Ufos sind ebenso alt wie die der unbekannten Objekte am Himmel. Sie tauchen durch die großen Ozeane, Meere und Seen dieser Welt und werden logischerweise sehr viel seltener gesehen. Und doch gibt es sie, die Dutzenden Berichte. Amerikanische und russische U-Boot-Kapitäne sehen sie, Navy-Piloten können sie beim Abtauchen ins Wasser beobachten. Und auch zivile Piloten und Schifffahrtskapitäne berichten immer wieder von ihnen. Dass es dort unten, tief unter der Meeresoberfläche, etliche unwirkliche Dinge gibt, das weiß der weltberühmte Taucher Scott Castle nur allzu gut. Bizarre Kreaturen, dennoch ganz irdisch. Neue biologische Arten, die er unter anderem als erster mit seinen eigenen Augen erblicken konnte. Doch während seinen Abertausenden Stunden im Meer, seinen Hunderten von Tauchgängen, stieß er auch auf ein Objekt, das sich nicht mit etwas Natürlichem erklären lässt. Ein völlig deplatziertes Objekt, 120 Meter tief im Ozean schwebend. Ein würfelförmiges, goldschimmerndes Objekt, das sich jegliche Erklärung zu entziehen scheint. Wir schauen uns heute einen sehr faszinierenden Bericht eines weltbekannten Tiefseetauchers an. Während einer seiner Tauchgänge will er auf etwas völlig Unerklärbares gestoßen sein. Ein Objekt, das neben seiner merkwürdigen Erscheinung, nämlich eben ein goldener Würfel, auch noch sehr viel mehr tat, als eben nur von dem Taucher gesehen zu werden. Und dieses Ding passt auch nicht so wirklich zu den Beschreibungen eines klassischen Ufos. Und dann wieder doch, ihr werdet gleich sehen, was ich damit meine. Aber um erst einmal zu verstehen, wer denn dieser Zeuge überhaupt ist und was ihn dann so glaubwürdig macht, müssen wir uns diesen Taucher erst einmal kurz anschauen. Also fangen wir wie immer von vorne an. Scott Kessel Er wird als Entdecker, Unterwasserfilmer und sogar als Anti-Terror-Agent bezeichnet. Aufgrund seiner 33-jährigen militärischen Laufbahn als Kampftaucher. Er hält den Weltrekord für die längste zurückgelegte Strecke eines Tauchers. Verbrachte bisher 13.000 Stunden unter Wasser. Seine Bilder sind in unzähligen Dokumentationen zu sehen. In Filmen von Disney, dem Discovery Channel und vielen mehr. Gar eine hochpreisige Uhr wurde nach ihm benannt. Wie dieser Mann überhaupt so tickt, zeigt uns seine Reaktion auf eine sensationslustige Unterwasser-Doku vom History Channel, in der seine Tiefsee-Videos benutzt worden sind. Kessel distanzierte sich von diesem Film über die Riesen-Kalmare. Er enthalte zahlreiche sachliche, wissenschaftliche und ethische Fehler. Wir können also davon ausgehen, dass Scott Kessel niemand ist, der gern mal die Wahrheit verbiegt. Er ist ein ehemaliger Kampftaucher, Erforscher der Tiefsee, seriöser Dokumentarfilmer und ein gestandener, ehrlicher Mann. Und doch hat er nun in einem aktuellen Podcast über ein Erlebnis berichtet, dass ihm die meisten Menschen einfach nicht glauben werden. Seine Begegnung mit einem Unterwasser-UFO, einem Uso. Am 24.10.2023 erschien ein Video mit dem Titel Undersea-USO-Encounter. Eine Begegnung mit einem unterseeischen Ufo. Nach langem Überlegen habe Kessel für sich entschieden, über seine Begegnung mit einem sehr seltsamen Objekt zu sprechen. Einen Kontakt, den er vor mehr als 20 Jahren während einer seiner vielen Tauchgänge erlebte. Im nördlichen Meer von Cortez, im Golf von Kalifornien. Zuerst spricht er über seine Erlebnisse mit Riesenkalmaren, Haien, Piraten und Wilderern. Haie möge er dabei besonders gerne. Sie seien gar nicht so gefährlich, wie man annehmen würde. Auch berichtet er von bizarren Kreaturen, die er immer wieder während seinen Tauchgängen mit kleinen Forschungs-U-Booten beobachten konnte. Unbekannte Spezies, die er, wann immer er auf sie traf, von Meeresbiologen aufklären ließ. Und so unwirklich ihm diese Geschöpfe auch vorkamen, die Wissenschaft konnte bisher immer eine Erklärung für sie finden. Doch eine Begegnung habe man ihm einfach nicht erklären können. Etwas, das er als intelligenten, goldenen Würfel beschreibt. In 400 Fuß, also in rund 120 Metern Tiefe, erforschte Kessel gerade den Meeresgrund. Aus dem Augenwinkel sah er etwas Helles auf sich zurasen. Erst dachte er, es sei ein Hai. Ein großer Weißer. Kein Problem für ihn. Er wisse, wie man mit ihnen umgehe. Kein Grund, in Panik zu geraten. Doch schnell wurde ihm klar, dass dies kein Hai sein könne. Sofort dachte er an eine Unterwasserdrohne. Er wisse, dass in diesem Gebiet neue militärische Technologien getestet werden. Unter anderem nuklear angetrieben. Das könnte schon eher zu einem Problem werden. Kessel ist nicht alleine dort unten. Er ist mit einer großen Kamera in einem schwimmenden Stahlgerüst unterwegs. Damit könne er sich schützen. Er dreht also seine Konstruktion in die Richtung, in der er das Objekt vermutet. Sieht dann nur noch einen Lichtblitz. Etwas müsse das Licht seiner Kamera mehr als nur stark reflektieren. Kessel senkt daraufhin das Kameragerüst, um über das Licht hinweg zu sehen, wie er sagt. Und dann sieht er es. Ein großer, goldener Würfel. Mit einem Licht in seinem Inneren. Und einer seltsamen schimmernden Kugel um es herum. Direkt vor ihm. Über dem Meeresboden schwebend. Er schätzt ihn auf 3x3 Meter ein. Sein Herz sei ihm bei diesem Anblick sofort in die Hose gerutscht. Eine interessante Aussage für einen ehemaligen Kampftaucher. Es muss etwas gewesen sein, das ihm wirklich Sorgen gemacht hatte. Denn er dachte, er müsse halluzinieren. Irgendetwas stimme nicht mit der Sauerstoffversorgung. Eine lebensbedrohliche Situation. Er überprüft sofort die Anzeige. Doch das Sauerstoff-Stickstoff-Gemisch in seiner Sauerstoffflasche war perfekt. Nichts, was ihm seine Sinne vernebeln sollte. Kessel entfernt sich langsam von diesem seltsamen Würfel. Doch dieser folgt ihm. Er taucht nach links ab. Nach rechts. Versucht wegzuschwimmen. Doch dieser Würfel bleibt an ihm dran. Später wird er sagen, dass dieses Ding mit ihm herumgespielt habe. Kessel beschließt, sich auf dem Grund des Meeresbodens fallen zu lassen. Sich ein wenig auszuruhen. Auch hierhin folgt ihm dieser seltsame Würfel. Er schaltet das Licht seiner Kamera aus. Sieht, wie das Objekt den Meeresboden in ein goldenes Licht einhüllt. Es war wunderschön und erschreckend zugleich, wie er sagt. Er könne sich einfach nicht erklären, was es war. Unzählige Male habe er wirklich seltsames Unterwasser erlebt. Und ein jedes Mal habe er es ihm nachhinein aufklären können. Aber nicht so bei diesem Ding. Mit der Sichtung des goldenen Würfels, 120 Meter unter der Meeresoberfläche, hatte Kassels Sichtung noch nicht geendet. Plötzlich vernimmt er nämlich ein dröhnendes Geräusch, wie er sagt. Ausgehend von dem unbekannten Objekt. Kassel habe schon so einiges unter Wasser gehört. Vulkane, aneinanderreibende tektonische Platten, Walgesänge aus hunderten Kilometern Entfernung und Motoren von U-Booten. Doch diese Laute könne er bis heute keinem bekannten Objekt zuordnen. Es erzeugte seltsame Vibrationen in seinem Körper. Als würde er direkt neben einer großen Bergbauraupe stehen. So schnell wie dieser goldene Würfel aufgetaucht war, so schnell verschwand er dann auch wieder. Plötzlich war nur noch die Dunkelheit um ihn herum. Er schaltete wieder das Licht seiner Kamera an, sah nur noch das trübe Wasser um ihn herum. Diese Begegnung sei für ihn nicht ohne Folgen geblieben. Kurz nach seinem Kontakt erkrankte Kassel an einer chronischen Müdigkeit, wie er berichtet. Er bekam auch Hautausschläge und andere körperliche Symptome, die er mit diesem mysteriösen Aufeinandertreffen in Verbindung bringt. Auf die Frage, was er denn denke, was es war, hält sich da Kassel recht bedeckt. Dennoch habe ihm dieses Erlebnis eine neue Perspektive gegeben und auch seinen Glauben infrage gestellt. Natürlich fragen wir uns jetzt alle, wo denn diese Aufnahmen des Objekts sind. Er hatte ja schließlich eine hochauflösende Profikamera mit dabei. Es wäre schließlich der perfekte Beweis für das, was er uns da in diesem Interview erzählt. Naja, er habe es tatsächlich aufnehmen können. Doch das, was auf dem Band zu sehen sei, würde seine Geschichte unglaubwürdig machen, wie er sagt. Das Video zeige bis zum Erscheinen des Würfels nur die trübe See. Dann eine lange Zeit nur ein weißes, helles Bild. Etliche Störungen. Und dann wieder das trübe Gewässer. Kein Beweis dafür, dass das, was Kassel sah, auch wirklich dort war. Was er auch vollkommen einräumt. Bis auf seine Worte gibt es einfach keinen Beweis für seine Begegnung. Ich sehe das tatsächlich ein ganz klein wenig anders. Gerade die von ihm genannten Hautausschläge könnten schon ein Anhaltspunkt sein, dass er dort unten wirklich auf etwas gestoßen ist. Vielleicht auf etwas mit einer Strahlungsquelle. Ohne zu sagen, dass es ein außerirdisches Objekt war. Aber er sprach ja auch selbst von neuer militärischer Technologie, die in diesem Gebiet erprobt wird. Auch nuklear angetrieben. Er selbst sieht seine Erkrankungen aber nicht als Beweis. Was ihn für mich noch ein wenig glaubwürdiger macht. Wenn man sich sein Interview einmal anschaut, bekommt man da schon ein recht gutes Gefühl dafür. Ob er die Wahrheit sagt oder eben nicht. Ich verlinke es euch natürlich in der Beschreibung. Schaut da mal rein. Wirklich sehr interessant. Interessanterweise war es nicht das erste Mal, dass ein solches Objekt beobachtet werden konnte. Zwar nicht unter Wasser, aber in der Luft. Schon Ryan Graves berichtete uns während der Anhörung im US-Kongress von einem dunklen Würfel, umhüllt von einer durchsichtigen Kugel. Bis auf das goldene Licht eine ziemlich gleiche Beschreibung. Und wir müssen uns nur eines fragen. Lügt dieser Mann, der mehr als nur seinen guten Ruf zu verlieren hat, aber tausende Stunden in den Tiefen der Ozeane verbracht hat, dessen Bilder um die Welt gingen. Oder glauben wir ihm? Ein wirklich sehr fantastischer Bericht, der uns den Blick auf ein Objekt bietet, das tatsächlich nicht menschengemacht erscheint und auch innerhalb der Ufologie eher selten erforscht wird. Diese würfelförmigen Objekte, die von einer transparenten Kugel eingehüllt zu sein scheinen, die anscheinend nicht nur durch den Himmel fliegen, sondern eben auch durchs Meer gleiten. Ich glaube ihm übrigens, dass er genau das gesehen hat, diesen goldenen Würfel in 120 Metern Tiefe. Auch wenn ich natürlich nicht weiß, was es genau war, vielleicht ja dann doch irgendeine neue militärische Drohne. Für was ihr es haltet und ob ihr ihm glaubt, das könnt ihr mir wie immer gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das heutige Video gefallen hat, so lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich wirklich immer sehr, wie ihr ja wisst. Und wer noch nicht abonniert hat, der aktiviert jetzt die Glocke. Wir sehen uns dann morgen schon wieder. Bis dahin, Augen auf und bis zum nächsten Video.